Hallo Leute! Da sind wir wieder. Schon wieder. Bei Let's Play The Borderlands 2. Ja. Wir haben seit drei Jahren nicht mehr gespielt und müssen jetzt die Reservoir-Flagge ersetzen. Nur drei Jahre? Ich dachte, das wären vier. Ja, nein, das ist... Vielleicht haben wir auch ein Jahr verschlafen oder so. Ehrlich, du bist das Murmeltier und so. Da geht's aber nicht umschlafen. Worum dann? Da geht's dann umschlafen? Ja, eigentlich schon. Irgendwie, ne? Merkt man ja im Titel. Ey, gut, das... das... Aber nein, hä? Hä? Nein, das hat mit Schlafen nichts zu tun. Eben. Diese Zwerge sind witzig. Ja. Wenn sie einen angreifen und dabei einfach Fahrrad schreien. Fahrrad? Im Englischen, ja. Bicycle! Okay, ja, ich... Ah ja, gut machst du das. Direkt den Weg finden. Ach, ich hab ja... ich kann ja was. Schau mal da. Kann's was? Auch was. Stimmt's, Fähigkeiten, da war ja was. Das ist ne gute Fähigkeit von dir. Der Tod. Oh ja. Erfrischt sind sie denn mal. Ui, ein Ding. Ei! Ei. Mensch, lad ich lange nach. Holy shit. War kein Hai, das war ein Ei. Aber das müssen gestorbt werden. Ach so. Na dann. Nice. Na hinten ist ja gar nichts. Doch, ein Klapptor. Blut. Das knallt mich da ab gerade. Klappter wahrscheinlich. Ich bin wirklich gekillt. Welcher Klappter? He, eben. Habe ich denn die Rakete eigentlich runter geholt, oder? Ob das mit S-Trap. Oder ein Mix aus allem. Ah. Okay, wir müssen... Das ist langsame Sniper-Schüsse. Holy shit. Hier runter. Ja. Der Skopter? Oh nein. Zeit für Roboter-Action! Ich würde ihn einfach ignorieren. Ja. Das könnte der Beginn von etwas Spitzenmäßigem sein. Ach, egal. Einfach hier in den Bügel runter. Alter, der Skrapp ist mittlerweile so okay, ne? Ein bisschen, ne? Ist ein extra Spieler. Ist doch super. Können wir davon vertreten? Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen irgendwo da oben. Ach, das ist über uns, okay. Ach, das Problem hat mich nie ganz zur Zeit. Da war ja was. Döh. Ja. Wir laufen gerade hier in vollkommen falsche Richtung. Ja, hier waren wir schon, ne? Genau. Vergesst immer, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Hier unten drin waren wir nicht, aber wir müssen irgendwo anders lang. Oder doch... Ja, da waren wir schon, aber hier in der letzten... Ach, keine Ahnung. Ja, Map, genau. Gute Idee. Ich hab das sogar... Ich hab das vor allem sogar schon mal gemacht. Glaub ich. Boah. Ja, ich müsste das schon gemacht haben. Ich weiß es nicht. Obwohl, ne, ich glaub, ne. Ne. Ich hab Jacketöne damit. Das war's, glaub ich. Was heißt? Ne, ich hab Jacketöne damit. Das war's. Ich bin noch nicht so weit wie ihr. Wie ist denn da runter? Leute! Ja? Einfach mir folgen. Ich bin echt angesäuert gerade. Hui! Oh, sie müssen warm, blut. LOL! Geist! Hab ich nicht mehr geschnissen? Hab ich nicht mehr geschnissen. Okay. Mach ihn kalt! Hab ihn erstmal warm. Okay. Diese Texte, die sie sprechen. Und dann muss es sein, die anzusprechen. Boah. Du bist ne geile Maschine! Du passt. Was übrigens heißt, dass man selber so laut ist, dass der ganze Rest irgendwie hier rauskommt. Das kann man einschillen. Kann man? Ja, Charaktertext, aber dann hör ich euch nicht mehr. Oh. Also ich hör euch und die Gegner gleich gut. Du hast mich oben noch gefunden. Ach egal, mach einfach platt. In dem Wasser sind bestimmt keine Viecher. Nee. Hier mit meiner Schockpistole rum zu fühlen ist auch bestimmt ganz sicher. Oh. Au! Es ist überall. Ey, ich fühl mir hart weh gerade. Es ist... Ja, die sind doch einfach stark. Ich hab ne Verlater geworfen übrigens. Ach ja. Haben wir auch noch. Granaten. Mhm. Ja, meine sind immer verschwunden. Auch lustig. Granaten? Sowas hast du? Da ist die Flagge. Nimm dir den Generator. Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist. Slap! Jawohl! Zeig dem Slap, was die Swordtooth drauf haben! Wo kommen sie denn her? Äh, erstmal von einer Copter. Die seh ich schon. Ich hab' mich säuriger Copter. Ich hab' einfach so rumstöhnen die ganze Zeit. Oh. Ja. Da oben ist irgendwas Eifer, den ich nicht treffen kann. Mord ist dein Hobby! Mach mal irgendwas jetzt schon. Nice. Er ist auch weg. Sehr schön, sehr schön. Mach mal da hin. Komm. Jede Menge. Ja. Ah, es platzen. Ah, es platzen. Ah, es platzen. Der Generator hat angehalten! Nice. Der ist schon unterwegs. Ich hab' mal ne Granate geworfen. Oh, ja. Wer ist ne Granate? Ich hab' mir ne Pistole geworfen. Ah, fuck. Hast du Copy, oder? Ich grad nicht. Okay. Musst du mir erstmal grad noch ballern, ein bisschen. Nee, die Sniper ist gar nicht so geil eigentlich. Ich mag die gar nicht so gern. Ich bin einfach mit meinem Zweitcharakter gewöhnt. Der ist einfach Raumtum. Der ist halt geiler Equip. Hör zur Sache hier. Äh, da fließt irgendein bisschen Flüssigkeit runter zu uns hier. Was? Aus irgendeinem Punktchen. Boah, das ist sehr lustig. Mir. Mach' meinen Generator wieder an, ne? Achso, ja. Es ist nur Wasser auf minimalen Physik. Mir sieht das sehr lustig aus. Ja, wie gesagt, sehr dickflüssiges... ...leicht zu berechnen mit Wasser. Ja. Und hier. Der ist Pistole. Alter, mit der Waffe ist es fast unmöglich immer nur einen Schuss zu verteilen. Holy shit. Bin dabei, ja. Das ist ein riesiges Schiff. Wow. Das war knapp. Ein wenig. Der Generator aber immer erst ganz runterfahren muss wieder, ne? Wie bin ich denn jetzt gestorben, bitte? Den wollte ich nicht hochheben. Au, 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 au. Okay, bin schon dabei. Au. Dad. Was ist denn das? Aufklappen. Ach, weißt du was? Warte. Ähm, bitte. Geh da mal weg. Dann. Leute. Warte denn. Vielen Dank. Okay. Okay. Okay, komm. Tod durch, Robert! Oh Gott... Juh! Heilung! Komm, wir schon brennen wir drüben. Weiß! Oh Gott! Langsam flingende Plasmakugeln. Noch heißer. Wo genau müssen wir eigentlich gleich hin? Keine Ahnung. Einfach raus, hier. Wie genau wir herauskommen, ist ne gute Frage. Warum ist mein Schild da und leer? Wahrscheinlich weiß der Ringkapazität das? Nee. 1700. Ich hab' ein 1900er Schild. Trotzdem kann es nicht sein, dass er die ganze Zeit weg ist. For no reason. Ja, wenn du ihn überall reinstellst... Ich glaub, das war das Praktischste, was ich je gemacht hab. Den Rest zu nutzen, um meine Sache abzugraden, damit ich eigentlich damit resten kann. Warte an, wir fangen so viel Zeit. Hallo, hallo. Nein. Jetzt er fließt aber schön. Hm, ein bisschen Säuri. Ah! Oh! Ach, nee! Schlechter Anfang! Ah! Keine Munition! Ach nee! Munition, bitte! Ach ja, Menschen töten. Ist ne schöne Sache, ne? Eben. Hier ging's glaub ich raus durch dieses Rohr, ne? Ähm... Ich glaub wir können auch, wir können auch einfach rechts, rechts hier rum, da dann. Ja, ich hab hier am unteren Bereich gewesen, ja. Rechts klingt glaub ich besser. Ah, ich hab wieder ein Eis, ne? Ah... Der fliegt mir wieder ein Vieh um die Griebe und ich hab mir wieder Schatten überall. Der kam wieder raus, ja, der kam wieder raus, genau. Eigentlich glaub ich, für mich erinnere ich mich hier dran. Ja. Eintechsamer Orbs. Oh, ich bin fast tot! Vom Teufel mit dem ersten Gesetz! Heilung! Eins mit Stern für mich! Der fährt explodiert, mehrfach. Auch schön. Sehr. Äh, irgend so normale grad eben. Ja, ich hab meine Schüsse da drauf gehalten. Es ist sehr interessant, dass das wirklich vier oder fünf Mal in Tandern explodiert ist. Das liegt daran, dass ich explodierte Schüsse hab. Ja, ich weiß, sah trotzdem interessant aus. Herzlich willkommen, Kunde! Ich stopp dir die in den Hals! Lol, du hast sogar... Ich hat's noch mal getroffen. Jo. Na, ich wollte einfach mal ausprobieren. Ja, ja, es geht. Und nachher, wenn wir hier raus sind. Willkommen! Nein! Keinem Vorrein gar nichts. Jo. Ja, ich steck fest. Au. Lol. Mein Gesicht! Mach du mal! Das war ein Hoch. Das ist fantastisch! Ach, die Waffe schießt so schnell, wie ich schießen kann. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ach, ich hab's dann irgendwie... Tick das! Easy lags! Halten sich hier an den Grenzen. Die hätten wir ständig von allem und jedem runtergeschmissen. Äh... 4.000 Moneten. Ja, fast 4.000 Dollar. Hat die Währung hier eigentlich einen Namen gehabt? Ja. Welchen denn? Wahrscheinlich Geld. Boah! Richtig kreativen Abwege. Ah, schon keine Moni mehr. Ja, das geht's... Furchtbar schnell. Lootbox, wohl, ihr habt. Da hinten. Ah, nice. Jo, da hinten kommen wir halt nicht hier hinten oder weiteres, ne? Doch. Ah ja, rücken. Volle Technik. Nachladen. Ja. Ihr habt doch einen. Ich... Nein. Hat irgendwer den Kopf getroffen? Ich nicht. Ich muss nachladen, dann hab ich meinen Raketenwerfer bereit. Hörst du auf. Nicht mit mir. Fuck. Nein. Wo ist er hin? Ich hab mich runtergeklopzt. Also... Fuck. Ich bin tot. Ich hab mich runtergehauen. Scheiße. Danke. Okay. Der beste Robot aller Zeiten! So in Langsung sieht der Shurve jetzt erstmal drum. Ich hab auch einen Raging Goliath verschaffen. Ah, super. Jetzt Goliath sogar. Aber der eine ist da und... Ja, gab nichts wichtiger als der Loot, ne? Nee, ich wollte einfach die... die Kiste aufmachen, damit sie nicht despawnt. Hab nicht mal gesehen, was drin liegt. Liegt sowieso... ganz blöd, dass man da nicht reinsehen kann. Ist das Heilungszeug? Ja, ich hab's mal rausgenommen. So. War ne... Es war ne ähm... Raketenwerfer. Der könnte vielleicht gut für dich sein. Ich hab nur den Schaden gesehen. Der war größer. Ich weiß noch nicht, ob er elementar oder nicht. Oh. Wollen wir einfach raus aus dem Gebiet? Mh, ja. Wir könnten einfach rausgehen hier oben. Eigentlich schon. Hast du alles mitgenommen? Ja, ne? Äh, nur die Waffe. Aber da war nur eine Waffe drin. Achso. Äh... Falte Richtung. Wir kamen da oben, glaub ich, gar nicht raus. Das war das Problem, was wir schon letztes Mal hatten, oder? Dass der Ausgang, der da angezeichnet ist, nicht für... nicht von hier aus erreichbar ist. Also wir kamen von hier, glaub ich. Da! Map ist verwirrend. War keine Ahnung mehr. Ja. Du kannst nämlich da, wo dieser Weg lang zeigt, nicht lang gehen. Raketen aus den Granaten. Okay, sonst war nix anders anders da. Gut. Doch hier lang kommt man. Hm? Bringt uns aber auch nichts. Wo soll ich das drüber? Ah! 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 Ich glaub nicht. Misräumlich, doch. Mist. Ich hab jetzt die Falsche hochgezogen. Ha! Mach ich, mach sie! Zwei Waffe, ihr Schweine! Ich könnte den Begriff Teamwork erfüllen. Ich könnte den Begriff Teamwork erfüllen. Okay. Der, ich sterb schon nicht. Das ist nicht schlimm. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Einfach irgendwie weiter nach oben laufen. Nein! Genau. Ja, wenn du die direkt vor dir alle stellst. Danke. Guys! Klappt schon, klappt schon. Boah! Boah! Ist einiges Regen für dich! Ich! Besser! Äh, ätzender Goldianus! Ja, in der Tat! Oh nein! Nein! Ich bin direkt vor dem Hackby. Nice! Was? Ich könnte mich für fürchten, dass man von hier aus nämlich auch nicht rauskam. Wir müssen dann noch wieder hochkommen. Aber... Ja, die Map ist halt irgendwie ekelhaft. Mhm. Weinen wir nicht. Ne, weiteres bis hier hoch kommt man nicht. Das war doch unten lang und dann ganz rechts außen. Ich glaube, es gibt... Es gibt nur diesen einen Weg, ja. Und das war immer der größte Umweg. Geht schon wieder zum Ausgang raus, ne? Na ja. Weiße. Einfach abhauen. Äh, Leiter? Geht euch nur die ganze Ausrüstung an! Ja, man musste den großen Umweg immer gehen, na ja. Ja, Simon, da kommt man jetzt nicht so schnell hin. Ja, ich weiß. Ich weiß, wo das war jetzt auch eher so. Kommt ihr dann, oder wollt ihr weiter baddern? Hm? Ja. Komm schon mal vorgehen, ich bin hier gerade am Stern. Dann komm ich nach. Okay. Ich glaube, wir wollen vorgehen. Ja, gut. Ich würd ihm ja irgendwie sein Geld sparen lassen, aber dann nicht. Dann lauf halt auch. Ja, ich musste noch einen Verfolger auszeichen. Äh, Map-Moment. Wir müssen dann... ... hinten raus wieder. Also geradeaus durch den ganzen Trakt durch. Ach, wir können da hinten nicht mehr raus, stimmt. Da war was. Kann man ja noch rein. Gegner, Gegner, Gegner. Wir müssen da hinten rauf. Keine Antwort. Richtige Antwort. Einfach rumlaufen Und diesmal da lang, wo jemand ursprünglich lang gehen wollte Ähm Und nein, ich ignorier die einfach alle jetzt Nicht Ah ne, das ist der falsche Wort hier Man muss noch eine weiter rechts irgendwie Links oder rechts oder irgendwas Aber dieser Ort ist so abgesondert, hier muss irgendwas besonderes sein Naja, sucht ihr mal, ich suche alleine Beziehungsweise nicht zu zweit, wenn ich jemanden brauche Komm, hier wird doch irgendwas besonderes sein Geld Ich hätte es eher so einen So einen Iridium So einen Nachrichtenlog erwartet oder so Also wie viele Kopters sind das denn? Mehrere Die genau Anzahl ist nicht bekannt Aua, tot Ich bin auch tot Nice Ja, das ist ziemlich besonders, weil man hier nur sterben kann Ja, das hat nicht mal mehr Sinn, ey Du kannst dich echt umbringen Jo Ne, würde Wenn der kurz wartet, kann ich eine Rakete noch ballern Ah, natürlich, knapp vorbei Ja Auch down Halla Lecker Alleine würde man das überleben Aber im Team machen die Kopter einfach zu viel Schaden So, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder rein oder was Nice Hi Simon Hi Boah, ja, natürlich Ich weiß nicht, mir war, als käme man von hier aus irgendwo hin Ja, ja, das ist der Weg, den wir auch gelaufen sind Ich habe nur gesehen, dass ihr ganz weit links gewesen seid Ja, ja, weil der einzige Weg, den laufen kann, von hier aus, ist einmal außenrum Das war aber nicht Ach, ja Dass man halt quasi jetzt die große Runde läuft, ne Auf geht's Nein Ich habe nur gerade Konstantin verneint Ach so Ich muss Munition regenerieren, es tut mir leid, ich müsste es halt aktivieren Nein Doch Sehr komplex Ich habe mich auch noch ¡Ja! Ein K onc Ja F*** Ein Schlech Zie Ja, ich hoffe die Zeit, uns mal zu überlegen, wo wir unseren nächsten Skillpunkt hin verteilen, habt ihr schon gemacht. Was war? Das hab ich schon gemacht. Ach so, gut. Immer noch keine Granate, sonst hab ich ganz viel keine Granate, die von mir. Was willst du denn, ey? Will ich mit mir in den Nahkampf gehen, hoffentlich. Na, warte. Lass mich bestimmt in den Nahkampf gehen, komm mal. Ach scheiße, ja. Dann halt so... Drei Buzzards. Und der Baddiff Thrasher, der Pyre Thrasher. Ach ja, oh scheiße. Deswegen wollte ich hier nicht so lange sein, eigentlich. Nummer 5 lebt! Kann ich nicht wiederbeleben ohne Zug. Werben. Danke, den wollte ich killen. Dann wär ich nämlich jetzt am Leben. Und einfach sprinten. Einfach weg hier. Ja, der hat uns aber gerade im Visier. Lauf! Jo, danke. Ich wollte nur ganz kurz nach Gero... äh, ja Gero, genau. Gero, genau. Nicht ganz, nein. Ich will keinen Ripper, danke. Und dann da der Ausgang da hinten. Immer hüpfen und sprinten, hüpfen und sprinten. Habe ich das Figran scan gedroppt? Oder habe ich mich da verguckt? Kann sein. Let's do it. Wow. Kraft. Jetzt sind wir wieder hier. Was? Moment. Okay. An den Kasten laufen, würde ich sagen. Mhm. Wie... geht... Da oben ist der Ausgang. Ach ne, hier Side-Best kann man, glaub ich, hoch. Ja. Ja. Jetzt hoch, wow. Gut gemacht, Simon. Falsche Richtung. Gott. Daraus wird's ja hier richtig hingehen. Ja, ich kann dir ja da auch nicht... Ich kann dich ja nicht mehr resen da hinten. Au. Dann haben wir hier einen... Teleportpunkt. Außerdem... Dann habe ich in meinem Schild Wechseldings, Zeugs und Nachladekram. Man kommt auch von unten hier hoch. Okay. Gut. Wie war das? Da kommt auch von unten hier hoch. Da ist eine kleine Rampe gewesen. Äh... Den Weg sind wir gerade gelaufen. Ja, da... Oh. Ne, der Weg, den ihr gelaufen seid, der war ja... Der von Mitte quasi. Von einem Außen rumgelaufen. Ach, da waren wir deswegen. Seid für Roboter-Action! LOL. Was war das? Ich hab Blut in meinem Gesicht. Ich hab Blut in meinem Gesicht. Oh. Ich hab überall Blut. Ah. Wo ist Simon? Ja. Oh, da ist er wieder. Das weiß ich nicht. Einfach blau. Das war's nicht. Gut sein kannst du einfach. Laufen, laufen, laufen. Los, travel! Travel sofort! Ja, ja, ja. Da ist der Jerry. Oh. Ne, der Weg. Jo. Oh, ich hasse dieses Gebiet so, ne? Ja. Endlich durch, ja. Ja, weil die Karte in 2D da einfach nicht ausreicht. Ja. Oh, Questabgegen haben wir doch Sackfest, die wir abgeben können. Nö, wir machen ja keine Nebenquest. Doch, der Auserwählte kann aber bei Markus noch abgeben. Aber erstmal zurück. Ja, Capture the Flex gibst du auch bei Markus an, oder nicht? Ach, ne. Ich bin einfach schon mal zu Markus gelaufen. Ja, fangen wir einfach hier an. Ja. Okay. Redet du, weil, ne? Der Auserwählte! Ich hab eine Herausforderung geschafft! Juhu! Ach, gut, ne? Was haben wir denn da jetzt überhaupt Schönes bekommen? Nicht nachgesehen. Scheiß Waffe! Was kann ich für dich tun? Ja, ich kann's dir nicht sagen, was ich gekriegt hab, weil mein Tag quasi nach voll ist. Ich hab nichts verkauft. Muss ich jetzt mal machen. Okay. Äh, ne Siren-Skill-Anpassung. Allsehendes Auge. Äh, ich weiß nicht. Müsstest du mir einfach mal rüberschicken. Äh, X. So, halten. Äh, ne. Du dürftest es schon haben, aber ich kann's dir gleich sagen. Ja, ich würde das gerne auswählen, danke. Ja, das Kraden ist hier ein bisschen... Wild. Also, also Waffe geht, okay. Ah, äh, geh raus. Ich glaub nicht, dass du, dass du Skins und sowas tauschen kannst. Doch, geht. Da. So frickelig. Nein, ich will nichts geben. Ich will mir angucken. Ach, das ist ein, das ist ein Skin. Ich hab gedacht, das ist dein Kopf irgendwie... Ne, ne, ist ein Skin. Hab ich, glaub ich, also noch nicht, ja. Ach so, ich schau mir mal den Raketenwerfern, den ich gefunden hab. Vielleicht ist der was für dich. Jo. Hm. Nein, Explosion, no. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Hey. Spielpunkt raus. Und wie sieht er aus? Ach so, ich bin grad bei den Waffen noch. Sorry. Ich hoffe, du bist geimpft. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Hat einer von euch ein Schild gerade gekauft? Nein. Hey, warum? Weil er dann einfach weg ist. Ja, ist die Zeit abgelaufen. Jo. Ich bin nicht drauf geachtet. Komm jederzeit wieder vorbei. Äh. Ach mal eigentlich. Schlippery evil smasher. Oh ja. Oh ja. Iron Class Model übrigens jetzt gerade. Ja, aber in grün. Hallo. Ähm. Was du für Ansprüche hast. Wenn du mich so anstarrst. Ne, aber die Waffe ist hier die... Hat diesen... Hat diesen... Hat diesen extra Bonus. Evil will be smashed. With smashing. Evil. Smash. Er. Jaja. Ist das die von... Übel zermatscht. Übel zermatscht. Matsch. Ist das von... Markus die Waffe? Ja. Ah, okay. Geil. Bestimmt hat das... Geiler Bonus, dass das gibt. Aber keine Ahnung. Bestimmt plus 250.000 Nahkampfschaden. Ist aber ansonsten... Naja. Und jetzt schau ich mir den... Den an. Jo. So. Ähm. Skins. Ausseeing Eye. Uh. Weiß. Weiß. Weiß mit... Zwei Augen. Moment, ich stelle mich mal an, dass man mich besser sehen kann. Ja. Ähm. Welche Entfernung kann ich hier noch aktivieren? Da. Ähm. Achso, ein paar andere, die ich freigeschaltet habe, wären Cardinal Sim. Ähm. Blue Widow. Blue Widow. Nothing rhymes is orange. Dari. Willst du zum Sternchen? Das finde ich eigentlich voll cool. Hm? Clean Slade. Das sind viele. Ja, im Singleplayer. Kann man alles freischalten. Naja. Hyperion Heroism. Also meine erste Hyperion Waffenskin. Dann, ähm. Vladoff Sickle. Also Hammer und... Sichel. Und Vladoff Revolution. Das sind nochmal... auch... Waffenskins. Jo. So. Wie seht das Oldsing Eyez nochmal vernünftig aus? Moment. Da haben wir's. Der weiß. Mhm. Eigentlich ganz nett. Na, Clean Slade lieber. Na dann. Und ich hab glaub ich sogar noch irgendwie nen neuen Kopf, oder? Ja, gleich. Erstmal besser abgeben. Ja, ich schau mir selber nur ganz grob an. Jo. Wenn ich grad dabei bin. So. Wartet auf mich, ich muss zuhören. Danke. Ich hätte mehr Krieger wie dich. Unter uns. Den Rest von den Slabs kannst du völlig vergessen. Danke, wusste ich nicht. Und dann kommt es seitdem auf ner guten Höhe, ey. Stimmt's sogar. Holy Shit. Deiner aber auch. Okay. Gehen wir schnell. Deiner sogar noch eher. Ich glaub du bist kleiner als... Als... Krass. Ja. Ja, du bist so ein Kampfzwerg. Mhm. Achso, nee, Moment. Ich muss ja erst den Skin aktivieren. Ein breiter Kampfzwerg. Ich muss die erstmal alle auswählen, dann sind die nicht mehr als... ... als golden, als neu gelistet im Moment. Äh, nein. Der Skin nicht. Dari. Nothing reference Orange. Blue Widow. Cardinal Sin. Jakobs Family. Ja, warum nicht? Sieht gut aus. Hyperion Heroism. Lot of Revolution. So, hab ich alle. Was sagst du, Simon? Äh, Jakobs Family hab ich. Mhm. Hab ich nicht. Ja. Ich bin raus, ja. Ich bin raus, ja. Verablich. Ich bin raus, ja. Ich bin raus. Ja, ich bin raus. Untertitelung des ZDF, 2020